happy birthday to you herzlichen glückwunsch an alle leute die heute geburtstag haben und herzlich willkommen bei wetter gamble heute ist freitag und ich spiele free fire und ja ich starte zuerst mal mit irgendwas was hier gestartet ist keine ahnung was hier gerade läuft ich denke mal das ist battle royale ranked und danach viel spaß bis gleich es ist bett royal es geht los und ich hoffe dass ich bald meine neue grafikkarte die will ich mir nächsten monat kaufen holen also ich hoffe dass das auch dann funktioniert dass wir große monitor spielen kann weil das ist ja jetzt hier ein bisschen größer wie ein tablet als ein halber monitor und drauf ich halt spiele ich habe zwei auch scheiße ist okay ich dachte ich hätte zwei scharfschützengewehre aber ja okay das ist auch ein scharfschützengewehr das ist auch ein scharfschützengewehre aber Ah, voll daneben geschossen. Ich spiele ja immer, dass man die Waffen nicht wechseln darf. Ich habe eine Zeit lang gespielt, dass ich nur das einsammeln darf, was mir da so angezeigt wird wie... Oh, ich werde gerade hier wieder drücken. 3 die doch schon mal nicht so schlecht aus Das war's für heute. Voll! Jawoll! Gut, dann renn wir da jetzt mal hin und sammeln die Sachen ein wo der Computer sagt ja, da musst du hingehen, das musst du sammeln Oh, Arsenal! Dadurch, dass ich meine Waffen nicht weg sind bringt mir das Arsenal eigentlich auch nichts Aber wir können ja trotzdem einen Faden laufen Ah! Down ist er So, das eine nehmen F, ok Ich möchte aus dem Arsenal gehen Mensch! Oh 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 Wofür krass ich das? Ach, da oben. Juhi! Da ist aber was schönes drin. Juhi! Zipi! Wo ich jemanden gespielt hatte, ähm, von wem, von wem, von wem, von wem, von wem, von wem. Deswegen, ich darf nur das einsammeln, wo mir das hier angezeigt wird, dieser Haufen. Da hatte ich dann immer ganz oft das Problem, dass ich danach keine Munition mehr hatte. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, ich fahre einfach alles ein, was geht. Und werde... Die Tester, also nein. Shalom Shalom Sayonara Okay, dann öffnen wir mal das Asuna hier Ach nee, ich habe noch nicht den Kill mit den anderen Waffen gemacht. So ein Mist. Warum habe ich gewonnen? Oh, ich bin doch noch nicht fertig. Ich meine, ich hätte keinen Spieler gesehen. Wenn ich einen Spieler getötet habe, der dabei war, dann war er sehr schlecht. Gut, dann bin ich bei sein. Es geht weiter. Ja, nächste Runde CS Ranked. Bis gleich. Okay, weiter geht's. CS Ranked habe ich da keinen Gegner gefunden. Deswegen spiele ich jetzt normales CS. Schauen wir mal, ob da KI mit dabei ist oder ob das alles Spieler sind. Also, es sind Spieler. Gut. Weil die KI bleibt immer stehen und läuft dann am Ende los. Okay, besser SEC. Okay. Das ist Grund healthier. Ich rede heatisk alles. Okay, das Nashville ist alles ernst. Okay. Na Aquí liegt das Fl tycker. Doppelkill von mir? Ich war bester Spieler? Was? Das kann doch nicht wahr sein. So, so, so. Ich glaube ich habe eine Quest, da muss ich die Dingens benutzen. Ne, nimm das leuchtende Ding von mir runter. Heading to supply point. So, so, so. 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 1st blood 1st blood Nein! Falscher Knopf. Ich bin mit dem Finger verhutscht von der Tastatur. Scheiße. Wie oft mir das immer passiert. Das ist ja sowas von peinlich. Wir nehmen eine UMP. Ach, das war's. Wir nehmen wir nicht. Das ist ja sowas. Das ist ja sowas. Was ist das? Oh Obso Ah, im nächsten Runde geht es los. Ich vergesse immer, dass ich auf der 5 mich jetzt racken kann. Okay, okay, okay. Oh, warte, hier. Jetzt sind wir schweres Geschütz hier. Ja, ich kann auch nicht auf den Pid's name. First Blood. Helft mir! Nein, ich habe wenigstens einen runtergeschossen, aber down war er nicht gewesen, leider. Was machen die anderen da die ganze Zeit? Okay. Es standen wieder die Gegner alle. Also keiner down. Jetzt müssen wir alles gehen, aber... Warum spiele ich das so schnell? Okay. 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 Was ist das? Niederlage verloren, was soll's, oh, ich war der Beste aus meinem Team, mit meinem neuen Anzug, schön, drei Kills habe ich gehabt, drei Stück, das ist doch viel, ich hätte sie auch gewinnen müssen, wenn ich die neue Grafikkarte habe und wie auf dem Großen Monitor spielen kann, macht dann mehr Spaß, also dann war's das alles für heute, ich sage, danke schön für die Zuschauer und ich würde mich freuen, wenn auch nächstes Mal ihr seid, bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.